Unter den Rabenvogelarten sind die Dohlen die einzigen Höhlenbrüter. Im Wald nisten sie vorzugsweise in vom Schwarzspecht gezimmerten Höhlen. Auch in Haus- und Fabrikschornsteinen wird das Nest gerne angelegt. Die größten Brutkolonien im Oldenburger Land mit örtlich über 100 Brutpaaren befinden sich jedoch in den Gemäuern alter Kirchen- und Glockentürme. Wegen ihrer Vorliebe für hohe Bauwerke und Türme wird die Art in der Fachliteratur auch als Turmdole bezeichnet. Weitere Trivialnamen, die dieser Präferenz Ausdruck verleihen, sind Turmrabe, Turmkrähe, Turmvögele, Domrabe und Dachlieke.